Und wozu eigentlich diesen Display-Switch? Gute Frage, hier die Antwort. Unser Display-Switch bietet viele Vorteile. Zum Beispiel braucht ihr für eure Nachwuchssoftware keinen zweiten Monitor mehr. Dadurch erhöht sich natürlich auch die Sicherheit im Fahrzeuginnenraum für alle Insassen. Außerdem müsst ihr keine weiteren Bohrungen am Fahrzeuginterieur vornehmen, was sich speziell bei Leasingfahrzeugen anbietet. Zudem kann man sagen, dass sich unser Display-Switch natürlich auch hervorragend für verdeckte und private Ermittler und Zivilfahnder anbietet, da der Einbau zu 100% versteckt stattfindet. Außerdem profitiert ihr natürlich auch von einer wesentlich komfortableren Bedienung des originalen Displays via Touch und von einer in der Regel höheren Bildqualität des Infotainment-Systems. Um kein Content mehr zu verpassen, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen.